Ich habe eine neue Matratze gekauft. Ich auch. Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung. Wir schon. Die Bett 1 Matratze wurde bereits über 3 Millionen Mal gekauft. Nee, nee, nee. Doch. Schon über 3 Millionen zufriedene Kunden schlafen auf Deutschlands meistgekaufter Matratze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017